Wir verstärken unser Team in unserem Holzmarkt in Reitdorf-Lackau und Zell am See und suchen ambitionierte Verkäufer. Du kommst aus dem Verkauf, idealerweise aus der holzverarbeitenden Branche. Du bist Zimmerer, Tischler oder motivierter Quereinsteiger. Dein Aufgabengebiet umfasst den direkten Verkauf und diversierte Beratung der Kunden, das Erstellen von Angeboten und die Verkaufsabwicklung. Wenn du dich angesprochen fühlst, bewerb dich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse mit dem Vermerk Bewerbung Holzfachmarkt. Wir freuen uns auf dich! Untertitelung des ZDF, 2020